So, ja, hey Leute, ich stehe jetzt hier vom Apple Store. Es ist kurz vor 8 Uhr, iPad Air Tag. Ich stehe diesmal nicht in der Schlange, denn ich filme gerade schon mit dem iPad Air. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie lang die Schlange ist, denn so viele Leute wie damals beim iPhone 5S stehen nicht. Was war es denn auch schon? Mehr Leute stehen nicht. Ich schätze mal so, ja, keine Ahnung, 100, 150 Leute sind es bestimmt. Ungefähr, ja, 10 Minuten, unter 10 Minuten sind wir, glaube ich, schon. Ich mache der Laden auf. Da können die Leute hier ihr schönes iPad Air kaufen, was ich schon gelernt habe. Ja, wir sehen uns dann bei Vercoaster. Ich kann mal anfangen, wenn du da bist, ne? Ja, ich soll das schon. Guten Morgen, guten Morgen, wir sehen uns. Servus, Servus. Servus, Servus. Servus, Servus. So, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Come on, Moppy, smile, yeah! Jetzt wird er durch das Barriere, der, glaube ich, das ist die Rettung der Reiter, der ist der erste, ganz klasse. Applaus Musik